Maria, was du machen? We be like, hören. Mach mal eine Liste an, hier ist voll dunkel. Nein. Und mach mal eine Heizung an, mir ist kalt. Nein, Mama. Haben du eigentlich meine Bügeleisen gesehen? Ich muss den mal wieder bugeln. Äh, nein. Und alle meine Ladegeräte, die kann ich auch nichts finden. Nein. Warte mal, was ist diese? Nichts. Aha. Mama, ich bin jetzt Energiesparer. Hör dir die neue Folge we be like zum Thema Energiekrise an, dann weißt du, wovon ich rede. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann hört jetzt rein. Aha, we be like, ich höre mal rein.